Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Frisian von Team Hellfish. Das muss dann wohl ich sein. Heute begeben wir uns auf dem Weg zur verborgenen Stadt. Auf diesem Weg stellen wir uns erstmal der Prüfung der Spinne, was mehr oder weniger problematisch ist. Und dann entdecken wir die Prüfung des Adlers. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, denn jetzt geht's los. Komm, gehen wir zum nächsten Storypoint. In den Ruinen treffen. Jonah, bist du da? Oh, da ist ja was. Unten, hier geht's aber doch hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier nicht richtig. Wenn ich da jetzt nochmal runterspringe, dann darf ich wahrscheinlich alles von vorne machen. Also nicht spielen, aber laufen. Das wollen wir nicht. Und oben ist nun mal nicht unten. Also gehen wir nochmal runter. Die können sich aber auch ein bisschen beeilen. Ich kann gerade nicht schneller laufen als das. Boah, Lara, ehrlich? Seht mal die Hauksen. Da ist unten. Mann, Mann, Mann. Wie konnte ich das übersehen? Oh je, schon wieder der Jaguar. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Sie kennt einen anderen Weg. Zu einem Ort, der hinter einer Geheimtür versteckt war. Na gut, hätten wir auch gleich da lang gehen können. Da hätten sie nicht die Wand aufreißen müssen. Aber stellen wir das mal nicht in Frage, sondern gehen einfach weiter. Oh, hier kommt wieder so ein Sprung. Ob ich den diesmal hinkriege? Ah, ah. So Leute, ich will das diesmal hinkriegen. Deswegen speicher ich kurz. Weil wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann versuche ich es nochmal. Es geht einfach nicht. Letzten Speicherpunkt laden. Ich will es nochmal. Ich will diesen Sprung schaffen. Oh nö, jetzt ist die unten. Das schaffe ich nicht. Niemals in diesem Spiel werde ich diesen Sprung schaffen. Wir werden erstmal Blumen pflücken. Alles voll. Ah, ist eine Höhle. Aber erstmal wieder Luft schnappen. Und ab. Hauptsache hier sind keine Piranhas. Oh. Das hat schon mal jemand versucht. Ja, habe ich mir gedacht. Da sind Luftbläschen. Schnell Luft holen. Lara, schnell. Hui. Das war knapp. Irgendwas übersehen? Nope. Eine Muräne. Noch eine Muräne. Ja. Ich sollte den Viechern nicht so nahe kommen. Mal schnell zurück. Luft, 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 Luft. Ja. Immer schön in den Pflanzen bleiben. Dann sehen einen die Fische nicht. viel zeit um hier irgendwie ein bisschen zu sammeln hat man aber nicht na ja 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 schon gut ich lass es liegen über indiana jones in die lass es ok weg zur verborgenen stadt ich bin jetzt in einer art höhle es gibt anzeichen dass hier menschen waren eine hermetisch verriegelte gegend keine kein empfang nix nicht mehr handy schon wieder tauchen was denn das und sprung ins kühle auch voll das gold hier geht es auch nicht weiter müssen sicher klettern ich bin So, jetzt nochmal mit Verstand. Okay, das war ohne Verstand. Gibt es da irgendwie was zum Hangeln? Ja, da muss ich hin, das ist mir klar. Oder kann ich hier was verbrennen? Ich glaube, da hinten. Das muss hier sein. Auch nicht. Da ist ein Loch. Nein? Ja, ist ja gut. Beim nächsten Mal auf jeden Fall dieses extra länger tauchen. Was übersehe ich hier? Kann man auch nicht lang. Nochmal. Was ist das hier? Komm, wir versuchen es mal. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Mann. Mann, man sieht, wo es weitergeht. Aber wieso komme ich nicht an die Wand? Ich müsste da hin, dann darüber springen und dann hier mit der Axt die Wand hoch. Oder kann ich irgendwie... Oder kann ich irgendwie... Ich muss doch hier irgendwo hochgehen. Ach komm. Mann, Mann. Mann, du poHN sagt das Wort. Mann. 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 Das sieht doch eigentlich ganz einfach aus. Das kann doch nicht sein. Mann, die muss doch hier wo können. Oder muss ich da rechts rüberspringen oder was? Mann, 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 Mann. Nischt. Hier nicht, da nicht. Keinen Ansatzpunkt. Ich glaube, ich muss es doch wieder auf normal stellen. Bevor das hier ewig dauert, stelle ich nochmal auf normal. Normal. Rätselgelände auf normal. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich übersehen habe. Ausgangsposition. Ja, siehste, da ist die weiße Farbe. Klagt auch richtig. Wieso kriege ich das nicht hin? Wieso kriege ich das nicht hin? Ich glaube, ich weiß wieso. Ich bin noch ein kleines Dummerle. Okay. Wir stellen es wieder auf schwer. Ich hätte einfach nochmal springen müssen an der Wand. So. Weiter geht's. Klagt doch Gold richtig. Oh, Laras Pilzproblem. Bei Laras Pilzkonsum sind die Pilze das einzige, was nicht voll ist. Erstmal gucken wir hier unten. Was gibt's da noch? Ah, nischt. Da hat's schon mal ein paar Leute zerriessen. Ja, der Erz. Dieses wertvolle Mineral wird hauptsächlich unter Wasser in Erzadern gefunden. Den Rest konnte ich leider nicht mehr lesen. Das ist ja noch was. Pilze! Zack! Was war das? Das ist doch nicht mehr, was das für ein Vieh war. Halt an Felswänden. Werfen sie mit E ihre Hakenachs, während sie springen, um entfernte Felswände zu erreichen. You. Aber ich gehe erstmal an die andere Seite. Mal gucken, ob da noch was ist. Oh, hier gefährlich viele Spinnenweben. Da komm ich ja her, oder? Das wollen wir nicht, da waren wir schon. Oh. Oh, ich glaube, ich muss mich schwingen. Nein. Und nochmal. Und... Nein! Prüfung des Adlers. Was kommt jetzt? Uh, das ist tief. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kuss bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Ein Lager, das ist immer gut. Mal gucken, was wir jetzt bauen können. Nichts können wir bauen. Ja. Da kann man was machen. Was ist das? Ein lederumwickelter Schaft gewährleistet mehr Komfort und eine verbesserte Rückstoßstabilität. Machen wir. Auch wenn ich die Knifte nicht gerne benutze. Aber es ist immer gut vorbereitet zu sein. Fähigkeiten kann ich ja auch noch nischt machen. Ne. Sollten wir hier unten nochmal gucken. Nicht doch. Guckst du, hier können wir noch was lernen. Es knackt im Gebälk. Oh. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. Das sieht nach einem schwierigen Rätsel aus. Oh, böse, böse Ruhe. Mit wie vielen Schwierigkeiten ich die Prüfung des Adlers bestehe und wie oft ich runterfalle, das sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen, dann lasst doch bitte ein Like da oder auch einen Kommentar. Auch gerne mit Verbesserungsvorschlägen, was ich besser machen kann, wenn euch gewisse Dinge zu lange dauern. Und natürlich würde ich mich freuen über neue Abonnenten. Wenn ihr direkt mitbekommen wollt, wann der nächste Teil online geht, dann drückt hier auf den Fisch. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... Here comes the pain! .